Hey. Bevor ich jetzt anfange, wollte ich dir sagen, ich bin kein ausgebildeter Speaker oder irgendwie was anderes. Aber ich habe gemerkt, dass Affirmationen was Gutes sind. In dieser Affirmation beziehungsweise Meditation kannst du nichts verkehrt machen. Lege dich einfach so bequem wie möglich hin und schließe deine Augen. Einen tiefen Atemzug. Und atme ganz entspannt weiter. Um erstmal ein kleines bisschen reinzukommen, achte einfach nur auf die Musik. Musik Du bist so langsam in einer etwas tieferen, entspannteren Position. Nun spreche ich von Du auf Ich. Was in deinem Unterbewusstsein viel deutlicher war. Nichts mehr zu tun. Höre einfach ganz entspannt diese Affirmation. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin. 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 Ich liebe mich genauso wie ich bin. Ich liebe mich genauso wie ich bin. Ich liebe mich genauso wie ich bin. Und stelle dir ein Ziel vor, was du unbedingt erreichen willst. Spüre sie, fühle sie genauso, als wenn du schon dort bist. Ich bin dankbar, dass ich meine Ziele erreicht habe. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich meine Ziele schon erreicht habe. Spüre mit allen Sinnen, als wenn du schon dort bist. Sehe sie direkt vor deinen Augen, deine Ziele. Und spreche nochmal. Ich bin dankbar, dass ich meine Ziele erreicht habe. Ich lasse dich mit deinen Gefühlen, mit deiner Dankbarkeit für einen Moment alleine. Ich bin dankbar, dass ich meine Ziele verletzen habe. Ich bin dankbar, dass ich meine Ziele verletzen habe. Ich bin dankbar, dass ich meine Ziele verletzen habe. Ich bin dankbar, dass ich meine Ziele verletzen habe. Es ist mein geilster Tag in meinem Leben. Es ist mein bester Tag in meinem Leben. Heute ist der beste Tag meines Lebens. Wenn du diese Affirmation nachts hörst, wünsche ich dir eine gute Nacht, Schlaf gut und gute Träume. Ich bin dankbar, dass ich meine Ziele aufbauen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020